Adler sind Greifvögel und bepaaren sich gerne. Sie sind jedoch nicht die fürsorglichsten Eltern. Die Mutter füttert die Küken einige Wochen lang, bevor sie sie aus dem Nest drängt, um für sich selbst zu sorgen. Die Mutter geht manchmal sogar so weit und erlaubt es einem Küken, ein anderes zu tütten, ohne sich einzumischen. Solche Streitereien sind unter Adlern leider üblich. Adler können im Sturzflug bis zu 320 kmh schnell werden. Normalerweise sind sie eher mit 50 kmh unterwegs. Zu ihrer Nahrung gehören Fische, Vögel und kleinere Säugetiere wie Ratten oder Kaninchen. Mit ihren guten Augen sehen sie ihre Beute bereits über eine weite Entfernung.